So. Hä? Oh nein! Wie dumm seid ihr eigentlich? Nein, ich! So, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rainbow Six Siege und ich hoffe, dass hier jetzt keiner irgendwie ist. Nein, okay. Ja, wir haben zwei Rekruten hier drinnen. Das lässt ja schon mal auf so einiges schließen. Ja, mach du mal deinen Streusprengersatz-Dings daran. Und dann wollte ich noch so... Wo ist das? Okay. Ja, Junge. Äh, was ich noch sagen wollte mit, mit Leo, dass, äh, dass er nicht irgendwann denkt, weil ich mit anderen immer jetzt schon die Challenge-Woche aufgenommen hab und hin und her. Nicht, dass er immer denkt, äh, dass ich mit ihm jetzt irgendwie Beef hätte. Ähm, das ist nicht so, das ist einfach nur, weil er ist halt wirklich, ähm, verletzt. So viel kann ich sagen, aber mehr sag ich auch nicht. Und, ähm, ja, wenn, er, er schreibt bestimmt hier was in die Kommentare, falls er das sehen soll. Weil da könnt ihr gerne mal fragen, falls ihr das... Wo bin ich denn hier? Wahrscheinlich. Wie hab ich mich denn hier hingeglitscht? Hä, what the fuck? Oh, jetzt, 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 ja. Oh mein Gott, ich bin, ich bin frei. Äh. Oh, danke schön. What the fuck? Okay. Ich kann aber schon mal mit hier runter. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Ähm, ich wurde entdeckt, wo... Ach da, okay. Ähm. Nice, nice, nice. Ich hab ein Teamgerät, wow. Oh mein Gott, Alter. Lauf mir da nicht voll in die Quere. So. Hä? Oh nein. Wie dumm seid ihr eigentlich? Nein, ich? Och nee. Oh man, bin ich dumm. So, mal gucken, ob es jetzt andersrum vielleicht läuft. Ähm, mal, mal schauen. So, ich, ich... Ich tue jetzt erstmal hier schön einen hin. Wahrscheinlich ist er jetzt einfach hier rüber gesprungen. Was ist das denn für ein Scheißspiel? Moin, Digga. Äh, so komm, dann hau ich hier noch eins hin. Auch wenn das jetzt mega behindert ist. Aber egal, das passt schon, das passt schon. So. Äh, dann kann man hier... Hier nochmal, äh, hier nochmal, hier, hier, hier. Hier nochmal ein Ding hinhauen. Wunderbar. Und... Na, ach, you idiot. So, vielleicht töte ich diese... Die Geisel ja auch mal jetzt. Vielleicht nicht, das... Hätte ja schon mal was. Hier kann... Ey, das ist ja voll nice. Nice. Und wir haben leider auch zwei Rekrutes. Ja. Sagt ja schon alles. Woher, woher, woher? Ja. Yes, nice. Ha. Geil. Schön, Punkte, Geian. Okay, ja gut, jetzt... Hat er mich auch gesehen? Ist er... Da, da, äh... Nein, okay. Da, da ist keiner, äh... Hier ist... Auch keiner und... Ja, gut, unten sowieso nicht. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ach, Junge, lass mich da! Blitz, upstairs. Okay, Blitz ist da, aber... Nein, nein, nein. Hat er ihn? Hat er ihn? Und was ich noch sagen wollte, wegen, ähm... Nicht... Wegen, wegen, ähm... Ja, Planet Coaster. Ähm, ob ich das nicht mal tauschen soll mit World of Tanks? Da würde ich dann auch 10 Euro haben. Dann könnt ihr da mal schreiben, was ich da denn, dann holen soll. Vielleicht auch, was ihr mal so vorhabt zu holen, wenn ihr da spielt. Und was ich dann mal holen soll, was ich vielleicht mal testen soll. Keine Ahnung. Ähm, dann werde ich das auch machen. Und, äh, dann... Also... Oh, nein. Oh mein Gott! Alter, der... Der Headshot, Digga! Oh mein Gott! Der war nicht legit! Der war nicht legit von mir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Der war geil! So, und was mir auch gerade eben aufgefallen ist, dass ich durch die Geisel töte, ne? Habe ich immer noch 170... Also, minus 170 Punkte. Ist auf jeden Fall ganz nice. Und, ähm, ja, wie gesagt, stimmt da mal gerne jetzt, äh, ab. Das würde mich sehr freuen, wenn ich es nicht vergessen sollte. Und immer, wenn ich irgendwas vergesse, dann... Schreibt es ja, ja, instant in die Kommentare. Äh, so, ja, schön, Punkte ausgleichen erstmal. Okay, 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 da, da, da kommt man nicht weiter, okay. Äh, dann... Tue ich meine Drohne. Ja, wo kann man... Ah, keine Ahnung, so, jetzt steht die da irgendwo rum, toll. Oh Gott, oh Gott, wo kommt einer, wo kommt einer? Schnell weg! Oh mein Gott! Ich drone mal lieber den Raum hier vorher ab. Ja, okay, jetzt ist der auch schon drin, wow. Ähm, ja, dankeschön. Ja, what the fuck, als ob hier niemand ist. Als ob die alle da drin sind. Das, das kann doch nicht sein, Alter. What the fuck? Da, da ist niemand. What the fuck sind das denn für welche? Läuft der richtig bei denen? Oh, moin. Ah, da. Ich bin auch zu blöd, das Ding zu treffen, Alter. Ja, moin, Digga. What the fuck, wo ist der andere? Moin. Alter. So, ah, jetzt sind wir bei dem Raum wieder. Okay, dann werde ich hier auch einfach so ein Mute-Teil hin platzieren. Und, ähm, ja, wie gesagt, mit Leo da, äh, bitte nicht irgendwie was falsch verstehen, weil ich jetzt immer mit anderen aufnehme, was wahrscheinlich jetzt am Montag wieder so sein wird. Da kommt aber zu 99,99998% eine Minecraft-Challenge-Woche. So, da könnt ihr, ihr könnt wirklich unter jedem Video, könnt ihr eine Challenge schreiben. So, damit wir eine Challenge dann haben. Weil ohne Challenge können wir dann auch keine aufnehmen. So, und, ja, jetzt wäre ich fast durch den Schuss durchgelaufen, Dankeschön. Ähm, das ist halt auch nicht ganz so, ähm, passend, wenn wir dann keine, ähm, keine Challenge haben. Und zwar, Celia, ich weiß, deine F1-Challenge war das, glaube ich. Ja, ähm, die werden wir natürlich auch machen, ja. Aber, ähm, nur das Ding ist so, wir brauchen ja auch trotzdem noch welche. Weil wir, wir haben jetzt, ich glaube, ich habe jetzt fünf Folgen oder so. Und wenn, wenn ich das jetzt weitermachen will, dann brauche ich logischerweise auch mehr. Weil, ja, ich brauche halt einfach mehr, ne. Also mehr Challenges, so. Jo, moin. 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 Ah, Digga, diese neuen Operator, ne. Ja, moin. Als ob der mich nicht gesehen hat. Als ob, Junge. Ich habe mittlerweile 140. Ich habe den sogar getroffen. Ich glaube, der hat sich... Oh, nein. Hui. Ich lade ein neues Feuerstief. Moin. Habe ich noch einen? Junge, dieser Spot ist ja richtig nice. Ja, moin. Ah, geil, Alter. Wer wagt es? Nice one. Als ob. Die haben auch so einen scheiß Ping gehabt, Alter. Nice one. Wie viel da bin ich jetzt noch geworden? Tatsächlich bin ich immer noch letzter. Gucken wir mal, ob ich ein Alpha-Pack gewonnen habe. Und dann, wie gesagt, mit, ähm, mit Leo nicht, nicht irgendwie falsch verstehen oder so. Und, ähm, ich bin tatsächlich immer noch der Schlechteste. Aber nur von den Punkten her. Ich habe drei Kills. Alter, die Runde war geil. Die kann man mal nehmen. Und, ähm, so, Packs. Komm, komm, komm. Jetzt mach mit sieben Prozent ein Alpha-Pack. Ne, mach da nicht. Okay. Kriegen wir nochmal, jetzt habe ich neun Prozent. Wunderbar. Und, wie gesagt, mit Leo halt nicht falsch verstehen. Und wegen World of Tanks da einfach mal abstimmen. Und ansonsten, lass ein Like da, lass ein Abo da. Und ansonsten noch rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö